Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, The Last of Us Remastered. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bei Carlos the Gamer, The Last of Us Remastered. Wir wollen ein neues Spiel anfangen, da machen wir, oh erbarmungslos, das gab es glaube ich bei der 4er noch nicht, aber wir machen normal. Neue Spieldaten. Und ich habe das jetzt alles bei 480p, das muss ich vielleicht etwas runterstellen, machen wir vielleicht so. Und vielleicht klappt es dann mit der Liveaufnahme und mit der Qualität, dann hätte man nämlich zwei Fläche mit einer Klappe geschlagen. Ich bin gespannt wie das Video so läuft und genau. Sony Computer Entertainment, ein Naughty Dog Game. Tommy, hör mir zu, er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay, ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache es ist noch heute. Kleines bitte nicht jetzt, ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Deest. Sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Also ich habe das Spiel heute bekommen und dann habe ich die Hülle gesehen und so und das ist alles auf Englisch und dann dachte ich, ah... Also ich habe nichts dagegen, wenn das Spiel auf Englisch wäre. Nur wäre das nicht so schön. Aber man kann es auf sehr viele Sprachen einstellen. Indem man es braucht. Aber ich glaube, die Qualität... Ähm... Die Grafik ist schon ein bisschen besser. Dawn of the Wolf. Und auch ein bisschen detaillierter, finde ich. Also schon... Halbes Jahr ist das her, dass ich auf der Dreier gespielt habe. Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Jetzt kommt das Berüchtigte, dass wir uns hier umsehen können. Und... Conquering... Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Ähm... Ja. Hier leg's hin, oder... You're not a fossil... Happy Birthday. Dein Vater. Hm? Na, das habe ich damals nicht gesehen. Gott, muss ich anklicken? Weiß ich gar nicht mehr. Hätte ich heute mal lese können. Naja. So, was haben wir hier noch? Helic... Helicantrop's... Tröpfchen. Hier noch richtige Uraltfernseher hier. Kann man da hinten durch? Schränkchen. Da haben wir ein Telefon. Funk-Telefon. Alles schön gemacht. Also ich war auch von... Damals von der Playstation 3... Fassung ziemlich begeistert. Und... Deswegen wollte ich das Spiel unbedingt wieder haben. Ach so, X drücken oder so. Dann legst du es wieder aus der Hand. Ähm... Das habe ich ja ganz vergessen. Naja, wir müssen uns eh wieder an die Steuerung gewöhnen. Weil... Ich glaube nicht, dass ich das noch könnte. Kann. Bist du hier? Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter... Es ist in der Nähe. Wir müssen sofort alle hier wegbringen. Es tritt Gas aus. Hey, los! Schau! Breaking news, Infektions, Bearing to Austin. Okay. Was war das? Ei, ei, ei. Dad? Dad? Gehen wir mal hier die Treppe runter. Nicht, dass die Treppe jetzt noch einstürzt. Was ist bloß los? Ja, spielt eine Verfolgungsjagd. Aber hier ist niemand. Da war noch ein Notizzettel. Ich bin... Late tonight. Geh vor und orderst Essen. See you in the morning. Ich komme später nach Hause. Kann du etwas später werden? Ich bringe Essen mit nach Hause. Oder ich bringe etwas mit nach Hause. Naja, so ungefähr. Ich dachte, da wäre gerade einer. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fahren. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich. Nein! Okay. Geh. Du hast ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht etwas Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Trommi, los. Los. Okay. Jetzt wollen wir natürlich abhauen und, ähm, dass wir nicht davon betroffen werden. Von der Seuche. Von der, vom Virus. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Oh, es ist ja nicht gut. Was passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schon ist nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Lois' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Wenn wir gerade hier über die Straße fahren, das vibriert richtig. Das war auch bei der 3 gar nicht. Ja gut, die 3 hat auch jetzt keine Vibration. Ich habe nicht in der Stadt gearbeitet. System gehabt. Das stimmt. Alles gut. Glaub mir. Okay. Ich habe jetzt hier was gebraucht. Wolfgang, wachst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey. Fahr vorbei, Tommy. Stopp. Ich habe mehr gesehen als du. Und anders mitkommen. Theoretisch hätten wir sie in Hessen sollen. Wir wissen nicht, ob sie schon befallen worden sind. Ob sie schon gebissen worden sind. Das wissen wir alles nicht. Deswegen ist es unsere eigene Sicherheit, die da stehen zu lassen. Da stehen wir hier mitten im Stau. In San Antonio, Texas. Was ist das? Ei, ei, ei. Hier kann man auch nicht unterscheiden, ob es Mutanten sind oder nicht. Natürlich sind sie jetzt im Moment nicht, aber die können aber schon gebissen worden sein. Wir haben Rad durchgelassen und... Okay. Der Weg. Der Weg. Dann! Okay. Gib mir die Hand. Mein Bein tut weh. Wir müssen jetzt trennen. Halb dich fest. Daddy. Wer ist tot? Nein, hinten kommen die Zombies und alles, und wir müssen den, äh, oh, es sind überall sogar, der, der, vor uns, könnte einer sein. Ach Gott. Also hier, gehen wir schon sprichwörtlich über Leichen, weil du weißt nicht wer Mutant ist oder wer nicht. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Na drüben! Ich bin nicht hier raus. Ersprochen. Kann ich irgendwie rennen? Nö. Zurück, es sind zu viele! Hier, Lange, ich möchte nicht hin. Los! Ach, der Flucht! Er ist tot! Verdammt! Wir sind fast da, wir sind fast da, Kleines. Die kommen durch den Zaun! Lauft weiter, macht, dass ihr wegkommt! Klau schon! Tot! Bewegung! Scheiße, die, 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 die... Ach Gott. Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich will schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Ah! Ich muss wissen, wo wir hin müssen. Ich glaube, das ist genau, es ist ein Zombie. Das ist gut! Dad! Wir sind fast da, weh! Also nicht zurück, gucken, Alpha gerade aus, laufen und versuchen zu fließen. Da hat doch nicht jemand denn geholfen. krank geworden liegt hier ist okay kleines wissen sicher helfen sie uns ja bitte meine tochter ich glaube ihr beides wir sind nicht krank ich habe hier zivilisten im älteren umkreis anweisung was ist mit onkel tommy bringen dich in sicherheit und holen ihn dann okay glauben sie mir wir sind gesund aber wir brauchen ihre hilfe sara ok sara Ja, ich weiß es. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah, Kleines, Kleines, du möchtest nicht. Du möchtest nicht. Oh Gott, nein, nein. Oh Gott, bitte nicht. Ich weiß nicht. The last of us. Remastered. Es war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Pabic verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation... Wir haben unsere Tochter verloren. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Karaktere... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von sechs angeblichen Fireflies. Der Geister wird uns aufsteigen. Und du, wo du glücklich verloren bist, such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Summer. 20 Jahre später. 20 Jahre später. 20 Jahre später. 20 Jahre später. Ich komme! Na, wie war dein Morgen? Auch einen? Nein. Nimm ich nicht. Schöne Whisky reingekippt oder Cognac. Was auch immer das ist. Wo warst du, Tess? Westend-Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe. Weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... Keine große Sache. Gib mir das. Neben die Arschlöcher noch. Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert. Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvor zu kommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Also, ich bedanke mich, dass ihr beim ersten Part zugesehen habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein. Und es wird spannend weitergehen. Tschüss, bis dann, euer Carlos.